Westeros hat schon so einige große Ritter gesehen, welche durch ihre große Mentalität, Stärke und auch Technik sich an dem Platz ganz weit oben im Ranking der besten Ritter aller Zeiten erarbeitet haben. Vor einigen Jahren hatte ich bereits ein Ranking der besten Ritter vorgestellt, da sich dies aber als nicht mehr ganz aktuell herausstellte und natürlich jeder dies ganz allein für sich subjektiv betrachten muss, habe ich eine Remastered Edition produziert, die ich euch heute vorstellen möchte. Also lasst die Klingen schwingen! Robert Baratheon ziert Platz 5, ist mehr ein Krieger statt ein Ritter, da dieser nie diesen Titel errang, er ist aber der sogenannte Usurpator, der Roberts Rebellion anführte, nachdem seine Liebe Lyanna Stark durch den Kronprinzen Rhaegar Targaryen entführt wurde. Er versammelte ein riesiges Heer und führte dies gegen die Royalen in die Schlacht. Die größte aller Schlachten fand am Trident statt, nachdem bereits die Schlacht von Aschfurt und die Schlacht der Glocken ausgetragen wurde. Aerys, der irre König, weilte während all dieser Schlachten in Königsmund und plante beim Fall der Stadt alles Leben auszulöschen, indem er die Stadt komplett zerstörte. Sein Sohn kämpfte gegen Robert und verlor, nachdem Roberts monumentaler Kriegshammer seinen Brust harnisch zerschmetterte und all seine Rubine in den Fluss fielen, jene Stelle ist heute bekannt unter der Rubinenfurt. Nachdem Robert auf dem Thron saß, nahm seine kriegerischen Fertigkeiten rapide ab und er vergnügte sich seinen neuen Interessen, welche er im Trinken und der Hurerei sah. Er wurde immer fetter und ungelenkiger, ehe er auf der Jagd durch einen gezielten Unfall, wer verwundet wurde und er anschließend auch daran verstarb. Platz 4 wird von Ser Barristan Selmy besetzt. In seiner Kindheit war er der Knappe von Manfred Swan und wurde mit 16 Jahren zum Ritter geschlagen. Er besiegte Prinz Duncan Targaryen und den damaligen Lordkommandanten der Königsgarde Duncan den Großen im Duell. Im Krieg der Nonheller Könige spielte Selmy ebenfalls eine große Rolle, denn er tötete deren Anführer Meles Schwarzfeuer auf den Drittsteinen. So dann kämpfte er später auch während Roberts Rebellion und wurde gegen Ende durch Robert begnadigt. Er wollte niemanden töten, der tapfer für seinen König gekämpft hatte. Ser Barristan wurde daraufhin sogar zum neuen Lordkommandanten der Königsgarde ernannt. Er besitzt eine besondere Mischung aus Technik und Kalkül, wodurch er seinen Gegner gut einschätzen und seine nächsten Kampfhandlungen durchblicken kann. Sir Gregor Clegan oder auch besser bekannt unter seinem Beinamen Der Berg ist ein Koloss von Krieger und besetzt Platz 3. Er ist 8 Fuß groß, also ca. 2,40 Meter zumindest in den Büchern und ist damit noch größer als Hodor. Er ist so stark, dass er sein Großschwert schwingen kann wie andere einen Dolch. Im Alter von gerade einmal zwölf Jahren hielt er das Gesicht seines Bruders Sandor ins Feuer, weil dieser mit seinem Spielzeug spielte. Bei der Plünderung von Königsmund tötete er ein kleines Baby, welches er für Prinz Aegon Targaryen hielt. Er schmetterte es an die Wand, sodass der Schädel zersplitterte. Anschließend vergewaltigte er die Mutter Elia Mattel, bis er auch sie tötete. Er steht bei vielen Kopfgeldjägern an oberster Stelle, jedoch konnte bislang noch keiner ihn schnappen. Gregor Clegan besitzt keine großartige Technik, er fungiert eher nach dem Hau-drauf-Prinzip. Seine übermenschliche Kraft benutzt er, um harte und gezielte Schläge gegen seine Kontrahenten zu verteilen. Ein so muskulöses Monstrum kann nur noch von technisch visierten Rittern in den Schatten gestellt werden. Und damit wären wir hier schon bei Platz 2 und Sir Duncan den Großen. Er war einer der größten Lordkommandanten der Königsgarde und diente während der Herrschaft von Aegon V. Sir Duncan wurde im Flohloch geboren und lebte dort als Straßenjunge. Möchtet ihr eine gesamte Biografie über Sir Duncan den Großen hören, dann lasst es mich in den Kommentaren wissen, denn die ist echt lang. Nichtsdestoweniger wurde ja sogar ein kompletter Sub-Roman über ihn geschrieben. Er gewann etliche Turniere und Zweikämpfe gegen große Ritter und hegte eine große Begabung für seinen Schwertkampf. Sir Duncan kämpfte gegen Lionel Baratheon, als es um Streitigkeiten bezüglich einer gebrochenen Verlobung ging. Als Duncan gewann, sicherte König Aegon ihm zu, seine jüngste Tochter mit Lionels Erben, Ormund Baratheon zu verheiraten. Als dann waren die Streitigkeiten auch schon vorüber. Sir Baristan besiegte einen geheimnisvollen Ritter, welcher durch Duncan repräsentiert wurde. Sein Ende fand Sir Duncan dann aber mit König Aegon und Prinz Duncan in der Tragödie von Sommerhall, der Sommerresidenz der Targaryens. Platz 1 wird wie auch schon beim letzten Ranking durch Sir Arthur Dayne eingenommen. Ich verzichte an dieser Stelle auf eine konkretere Beschreibung und Erwähnung seiner großen Taten und verweise auf mein letztes Video oder das History Video über das Haus Dayne. Sir Arthur glänzte durch seine Kampftechnik und Schnelligkeit. Er kämpfte bevorzugt mit dem Familienschwert Dämmerung. Er wurde durch einen Hinterhalt von Holland Reed getötet, obwohl er dies in seinen Erzählungen immer leugnete. Und damit sind wir wieder am Ende dieses Videos angekommen. Ich hoffe, dass euch die Remastered Version gefallen hat. Wenn ja, lasst wie immer gerne einen Daumen nach oben da und schreibt mir in die Comments, worüber ihr im nächsten Video mehr erfahren möchtet. Und im Übrigen, über 75% von euch haben noch nicht diesen Kanal abonniert. Ihr unterstützt mich damit sehr und das kostet euch im Übrigen keinen einzigen Cent. In diesem Sinne bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.